Es ist ja morgen Geburtstag und da fahren wir jetzt rein. Stell dich schon mal vor, das angehende Geburtstagskind. Ich bin jetzt live. Ja, live ist live, genau. Live ist live. Du bist ein hart zu krümmeln, ne? Also, oder? Hasenküttel. Genauso heute wie vor 365 Tagen. Genau, der fährt jetzt. Gleich in den Geburtstag rein. In meinen Geburtstag. Rein. Also drück dir mal heute ausnahmsweise die Daumen, damit da auch viele Siege davon fährt. Und werden nicht saue, ja, ja. Genau so ist es. Hauptsache, dass Geld steigt. Ja, und wir haben unseren Spaß. Weil das ist ja auch die Hauptsache. Ist ja zum Glück nur ein Spiel. Richtig. So, damit werde ich mal starten. In den wunderschönen Wassergarten. In den Wassergarten. Ja, ist doch so. Boah, lässt ja wacke aus, ne? Ja, letztes Jahr, da müssen wir es nicht erwähnen, waren Leute dabei, die jetzt zum Glück nicht mehr hier sind. Aber immer noch den Clan-Namen dran haben, ne? Ja, ist egal. Werbung ist Werbung. Und Diskriminierung bei Facebook ist er genauso mit eingezogen wie wir auch. Von daher. Ja, wir haben ihn lieb. Ja. Boah. Ach, aber... Aber so ist das halt in einem polarisierenden Clan. Ja, Aua tut halt Aua, ne? Ja, aber wir sind stolz und existieren immer noch. Jetzt schon im vierten Jahr, ne? Wir sind quasi... Das ist jetzt starten vierte, ja. Im vierte, ja. Ja, wir sind, äh, wir gehören unter den ältesten Clans. Ne? Ne? Da gibt's nicht viele, die älter sind wie wir auch. So. Dann werden wir uns mal nach B richten, ne? Ja. Wie oft haben die gesagt, die gibt's schon alle nicht mehr. Ich will die zwei jetzt namentlich nicht nennen, die Clans. Aber das waren halt so Eintagsfliegen, ne? Ist ja auch nicht einfach. Du musst ja ständig hinterher sein. Das Schlimme ist ja, die verschiedenen Leute, ne? Da muss man ja auch wieder zusammenkriegen. Ja, das ist ja... Das ist halt so. Wer dreht denn hier ab? Ich? Das müssen wir hier nach außen fahren. Ja, ich fahr jetzt im B. Ja, kannst du ja. Ich fahr um die Ecke im B. Ich fahr um die Ecke im B. Ich bin ängstlich. Ja, pass auf. Dann hier. Dann stell dich hier so an die Ecke. Lass du wenigstens noch sch... Ja, ja. Ja, dann kannst du aber aus dem Hinterhalt wenigstens schießen, bevor ich jetzt warte, bis du da hinten rum bist und mich unterstützen kannst. Ja, okay. Dann warte ich, aber dann fahr ich aber dann weiter. Ich will ja hinten abfangen. Fahr mal langsamer. Oh, die Hood. Flint. Ich hab ne Frau. Sie ist nicht schlank, nicht schöner Sch... Jünger. Oh, lustig. Oh, Zita. 1364. Servus. Du rützt dich. Na, alles gut? Ja, wir sind ja am Scream, das weißt du ja, ne? Steht ja da, hast du ja gelesen. Keinem Livestream. Ja, Tobi feiert ja sein Geburtstag rein. Und dann müssen wir halt jetzt mal gucken. Dann kriegen wir ja wieder die Nachttisch mit, ne? Ernie, Ernie, ja, ja, die kriegen wir auf jeden Fall mit. Der Ernie? Ich hab ja extra auch reingeschrieben, ne? Wer möchte und Lust und Zeit hat, das ist ja Wochenende. Bernie, okay, Bernie ist einer der Ausnahmen bei uns im Clan, der leider samstags arbeiten muss als Einzelhändler. Oh, scheiße, die Hyga. Zeitlich, hab ich noch gewusst. Ja, ich hab noch Zeit, mich hinzudrehen. Hab ich noch gewohnt. Jedes Mal. Oh. Oh, die Kart, aber nee. 26 hat sich, also nicht 26, 20, aber übers. Aber frontal, ne? Ja. Das ist noch nicht gut für die Hyga, ne? Welcher Hund zündet mich hier an? Bei Ernie. Ja, auch Ernie. Oh, jetzt hab ich auch Ernie. Oh, dafür kriegst du jetzt eine von mir mit allen. Ja, sehr schön. Zita. Da war der total überrascht, dass ich auf einmal hier stand, Tobi. War doch gut, dass ich hier rumgefahren bin, ne? Sonst hätte er uns rumfahren. Ja. Wie sagt er? Lass mal den alten Hasen mal hier ruhig mal sein Ding machen. Wie heißt er? Nus... Nus... Nusferatu. Nusferatu. Ach, Nusferatu. Jetzt hab ich noch mal Angst. wir haben aber auch zwei die wies im gegner team vergessert drei sogar ich habe jetzt ein bisschen hier eine wand die ball hat hier ich habe doch noch ganz viel getrunken weiß noch einmal tobi weihnachten wo ich total voll war und ich habe rausgeholt mehr nach links mehr nach links da musste ich musste man strahle sagen wir halten wir vorhalten ich habe immer hinter den schiffen geschossen und ich war als einzigste da waren noch drei schlachtschiffe übrig aber wir haben gewonnen noch muss ich selber nicht wie und da habe ich auch einen ich war wirklich schackenvoll auf einmal ich habe die ganze zeit ruhig gesprochen oder hier ist nebel das ist nicht gut die hut 76 krieg krieg jetzt eigentlich knapp wir sind ja schlecht stimmt sagen sie ja ja also ich weiß auch nicht sorry ich habe meine premium schiffe nur alle nachgekauft ich bin gerade frischer anfänger scheiße ich habe nur glück ja für das erste mal für die drei tage wo wir am markt sind wir haben die termit munition vergessen dafür das erste mal war gut ja war alle die blaze 4 im flohmarkt gekauft haben da waren die accounts sogar noch drauf alles gut oder als ich sie war nur namenänderung die accounts das ist gerade man kenne ich kenne ich kenne nur so eine so eine kleine freche süße ja genau das alles wir hätten die flint diese war mutig wir hatten das verrat der haut aber ab hat der teufel irgendwie heute aus der die heule ausflug oder war ein zuschauer da ist ja schon aber die junge das kümmerische gez gebühren abend du bist ein nerd eins so will er das machen der raffinierte der lustige ja ich fahr wieder hier und denen hinterher weiße verdienen nix manche nächste ausflugsdampfer oder so was immer leicht recht ein dass du direkt warte mal ja ich habe dazu punkt ja hier da ich fahr mal ein zeh rein ja der fährt weiter hier die king george er macht so sein ding macht dein ding oh baby schwing dein teil ja mein ding in dein ding ich habe schon ego sagt er soll man eine dingsanzeige machen so eine kontaktanzeige einsamer sucht einsame zum einsamen ja bei ihr guten verdienst kein hindernis Wo sind denn die Kameraden? Oh. Freddy, du hast es laut gesagt. Was? Leila, sie ist schön. Leila, Leila. Ich denke es nicht, du hast das Kacklied an. Boah, die Eckewies fahren hier richtig, ne? Es hat aufgefallen, die Eckewies fahren hier richtig am Flughafen, ne? Mit der Eckewies sind richtig am Fahren jetzt mittlerweile. Keine Ahnung. Cool, ja, die fahren. Haben sie neu gemacht. Hier, der Hafen, der hier ist, der Flughafen. Auf die Stadt gibt es jetzt... Echt? Echt? Oh, das ist der Skandal schon seit fast 14 Tagen unterwegs ist. Ja, die haben es auch nicht alle. Ey, ist ja ein Witz. Die haben damals auch, ich kann mich so dran erinnern, einmal von hier Falco, das Lied Genie, wurde verboten an erster Zeit. Und hier Skandal um Rosi, war auch verboten. Und wo die darüber gesprochen hat, da haben die erste Umsätze gemacht, da wollte dann jeder unbedingt haben. Guck mal, hier, die ist verboten, die habe ich jetzt. Ja, wo ich... Ja, klar, so war das auch damit auch. Pass auf, pass auf. Der Packer hat über eine Millionen Auflage gehabt, die erste Woche. Dann wollten die Leute alle nicht schnell kaufen, ne? Ich habe mir das Video angeguckt, die haben gesagt, in der ersten Woche waren es nur eine halbe Million, in der zweiten Woche war es schon jeden Tag über eine Million. Wahnsinn, ne? Jeden Tag, über eine Million, jetzt haben sie dieses Lied auf holländisch aufgenommen, ey, 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 ey schon mal der sommer des der sommer hit 22 ist auf jeden fall ja also und wenn das schon soweit ist also ein rekord hat schon gebrochen deutschen ja ein deutschen rekords hat schon gebrochen ist jetzt aktuell 14 tage ich glaube nächste woche schon über monat ja jetzt auf das aber glaubt mir glaubt mir der sommer fängt jetzt erst richtig an wir haben ja jetzt kommt ja das ist ja der heiße glaubt mir im alle ruf egal wer auf der bühne steht die schreien alle auf malen nur noch leila auf jedem schützenfest in deutschland leila leila haben sie haben so ein letztes haben sie letzten fernsehen hier im russischen die selbst da reden sie über leila und dann war da so ein mädchen stand da so eine blonde da sagt die freundin die heiß leila sind ja hingegangen weißt du sie heißt wirklich leila und da hast du so ein bild von dir sind im blick und dann so ein hilferruf weißt du oben so ein schriftzug hilfe die so richtig panik gehabt und die sie war voll genervt weißt du was sie die alle geärgert haben heißt ja so was meinst du wie die eine wie die früher rosemarie hießen rosi oder skandalen rose immerhin hat man auch eine gehabt da waren ja da waren meine fete wenn fäten waren und die kamen dann runter so eine kellerpartys hat mir vorher gehabt lief direkt hier aus bei der murphy gang kam sofort wo die nur in die tür reinkam da ist auch ein geiles lied ja und genie war verboten ohne zeit lang naja das ist jetzt seit langem irgendwie das erste lied wird wieder verboten wird ja aber die gema können die tut ihr nicht verbieten damit braucht man sich keine sorgen zu machen hat er gesagt eine bessere werbung kann er gar nicht haben geburtstag fragezeichen ich bin schon dabei geburtstag ich bin schneller geburtstag liebe kinder falls ihr noch einschalten solltet tut mir eingefallen ab 22 uhr ist nicht mehr jugendfrei müsste bitte raus gehen ja ich habe hier so selbst gebrannten weißen wodka hier noch wünschen genau ja der ist ja klar das ist auf jeden fall über 60 prozent hatte auf jeden fall links bitte ja alles ging mal freundlich jungen noch nicht bis recht links waren ja ok wir haben also soll man eher aufteilen also ich denke der bernie ist jetzt man zahlen wir gleich auf ja und dann teilweise auch die ist einfach die ganze zeit stehen und fährt für sich alleine so ja ich werde bernie ja der bernie der will die ganzen punkte mitnehmen sonst hat er noch konkurrenz ich will nachdem was ich zurückgezogen so ballert ja genau mein name ist vorhaut ich ziemlich mal eben zurück ich bin der ufo und ich bin auch dabei ich bin der deadlift ich bin auch dabei ich bin die jenny und ich hatte ihn schon im mund ja ich bin gottlob äh gottlob 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 und da gibt es noch ein gaylord gaylord so muss ich mal nennen hier gaylord hat doch voll zu mir so ein feuerzeug gehabt geil der mein feuerzeug klaut ist ein gaylord stand da drauf gaylord ich zu schnitzel habe ich auch schon gesehen aber war geil ne wo ich halt mit dem dings ich wollte mit mir rein ein schweineschnitzel aber halal geschlachtet habe ich ja voll terror gemacht aber geil ne gayl ich wollte ein halal schweineschnitzel ich wollte echt stress anpacken ich war voll wie in einem der grasse brennt schon doppelt ja das ist das sexy was ist denn hier wo ist er denn und bleib den holen du wirst abfackeln ja du schießt mich die blöde kuh die haben mich hier beschossen du eule ja mich auch das ziel konzentrieren jetzt haben sie weiter auch noch von innen ja ja aber die macht immer lang mit da ist die position eines strategischen ziels dann kommt der michi kommt da gleich auch noch so gleich fertig der war eine weitere woche wer du aber er war gestern da wir sind rausgegangen er war da also gestern so viel vorwärts aber ich bin dann rausgegangen also weiß ich wollte gerade raus kam mal rein so kurz vor zwölf zehn vor zwölf oder so da wird er ja wach ne der kann sich auch fledermaus nennen ich habe noch kein geld gemacht aber 14.000 steigen mal gucken ob ich treffe bin mal gespannt ob er naja klar jetzt ist er ja ein bisschen 4000 besser als ein hohle antischüssen ne please don't go please don't go gg diagostino Begegnetrische Schlachtschiff gesichtet, alle Stationen, Feuer und das Ziel konzentrieren. Please don't go. Ach der haut ab die linke Titte. Der haut echt ab. Eisritter ein. Oder? Gucken. Ah. Junge, ich hab kein Geld verdient long. Maschallah. Habibi. Habibi. Einfach Habibi. 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 Ich fahr jetzt weg hier. Das bringt nichts im Schiff hinterher zu fahren. Wir machen jetzt eine Karaoke Night. Tobi fängt an. Genau. Ja... Ja... Ja. 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 Trinkst du Alu? Ja, Alu! Aua! 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 Warum schießt er auf mich? Er sieht mich ja gar nicht. Ich hab jetzt immer Angst. Ja, der... Der war ja richtig guter Kämpfer. Oh, Sinner! Oh, da! Oh ja, ich lag mal auf Abrede. Ich fahr da mal hin. Oh, kommt das? Ja, sehr schön. Sehr schön, ja. So. Hä? So. Aua! Du schießt mich denn auf die schwule Nelson, ja. Gaylord Spezial. Egal. Äh, kümmert sich... Es kümmert sich niemand um die... Was ist das, Braulians? Dann würde ich nämlich auf die 7 aufgehen. Aua! Aua! Äääh! Oh, ja! Sehr schön! Aua! Egal. wo da bin ich raus war bist du weg ja verdichtiger schlag du bist raus bauen ja ist das letztlich alte klappe was besser was ja ich habe die ried nirgendwo gesehen es kam auf der mann es kann ja auch nicht jeder so wie du gerade aus dem ei geschlüpft sein warum zerflegt ist jedes mal mein tor ich hasse in der ersten halbzeit 3 0 welcher halbzeit ja dort und 1860 easy win für dortmund und schon schiff aus englisch die rucke ist vollgehauen oder war das ist so ein drecks schlachter ist ja der schlechteste den ich gespielt habe dortmund brennt münchen ab ja aber auch nur den zweitligisten vormonstern oder dritte keine ahnung ja ja aber das stadion ist voller rauch strahlen muss keine schaube sein so weg wohnschot gegnerischer kreuzer versenkt notkurva ja der kreuzer ja ja aber egal die war voll der kreuzer kann sich scheiß als jerry sich mal um die neuen uns kümmern vielleicht so wie es die ganze zeit jemand machen sollte war es opferlamm hier ja würde ich mich eher links hin konzentrieren guck mal was da schön breit kommt die nelsie ja da hinten ja mich mal selbst gefahrt Jetzt stehe ich morgen mit dem Facebook. Problem gelöst. Jo. 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 Ja, was soll ich denn sonst machen? Auf einmal sind wir aufgeraucht worden. Wir haben da die ganze Zeit Stand gehalten. Ja, war 110.000 gemacht. Wir haben da ganz schön Stand gehalten. Da ging auch mal schnell. Warte, waren wir aber weg. So, wie machen wir das jetzt? Du musst jetzt aufteilen. Wieso? Ja, äh... Dings ist doch alleine, ja. Wot noch? Rusty. Ja. Ja, was ist mit Bernie? Ganz alleine. Bernie schon wieder im Gemüsefach, oder was? Äh, ja. Bernie, was ist da los bei dir? Ja, so. Der liegt dir echt im Gemüsefach. Oh, der Lauch. Kopfnuss ist on. Guck mal, hier alles on ist. Lustig. Erkopfnuss spielt bestimmt Dings, ne? War von der, ne? Macht er doch im Moment viel. So, jetzt fahren wir... Was haben wir jetzt gefahren? Norca? Ja, ne? Jetzt fahren wir... Siebener, ne? Siebener. So, Alabama, oder was soll ich fahren? Was so? Sweet love Alabama. Barabam. Oh, oh. Hm, hm. Sleep with your mama. Barabam. Alabama. Fluch der Karibik Musiker. bin ich wieder sieben danach ja immer gleich drüber wenn man ja logisch ja ich will mich nur mal im umstellen so mal scheiße wenn einer den screen leitet der dann schläft ein ja klar sagte gerade so überlegt man schließt beim stream eines schlechst den leuten die ohren zu voll sind also jetzt noch mal diese flüster scheiße ich bin soweit ich muss aber drücken ich auch ich zähle 321 go ich sag immer go ich hasse das bei 1 aufzuhören danach muss was kommt ja schäden sind beide kann es ja auch den wbc ist ja der bank ist auch so dass es auch knaller aber wieder dann immer aufklärt also ich habe dann immer geguckt weil meine frau der kennt der scheiß hat er ist ganz gut morgen ich würde jetzt mittlerweile schon ganz gut morgen morgen der eine der hat ja immer so so ja der prinzipien und also schläft er probieren die erste zwangsneurosen und alles wir sind zusammen ein team wo steht ihr links rechts mitte mitte dann kommt bitte nach links 90s die viele ja die die geht hier über ihren sie das ja auch florida stg ja ich bin weil florida habe ich gerade ja ich habe es gesehen ja sechs und ich hasse das nicht dafür kannst du aber gut mit schreien die beschissensten wieder so machen sind immer die größten ich hasse die backdoor boys backdoor boys gg boys dita 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 bis mark florida ganz schön kaputt das ist noch aus die wird hier angezündet ja da kommt gleich eine dings von rechts ich hab gebägt stadt das habe ich auch mal zu mal geschenkt ich hab der schaden ausrichtig angetauscht die wenger unterstützung war der york das ist viel schlimmer die wenger hat hinten guck mal wie gerade die wer auf der habe ich gerade meine secondary fixiert papiermüll ich weiß es kann da zerstörer aber wir brauchen hier mal dringend echte unterstützung auf was sollen wir da gehen auf die wenger hat scharno ist egal auf was ja ich bin doch mit der da auf kämpfen aber die beschiss mich in die ganze zeit die wagen hat man macht ihr denn da nicht das wird dann das wird dann herrlich ups rollt die mauer ich hau erstmal jetzt hier ab ja ja Ach du Scheiße, Fletcher hab ich ja ganz alleine. Zieht er in die Florida? Kommt da der Nächste? Ja, wieder zieht er, sie ist raus. Bismarck hängt mir am Arsch. Der Flugzeugsträger da hinten da. Alle Stationen, melde Position eines strategischen Ziels. Unser Team hat die Führung übernommen. Boah, guck was. Ah, ah. Fletcher, Honest Lake. Wo sind hier meine Kreuzerbeteiligungen? Ja, der Kreuzer von uns hier. Ja, meiner. Weil, ja, ich sag ja nur, also ich fahr grad nur noch mit 2,7 hier rum. Torpedos, Achtung! Ja, der ist böse, die sind böse, die Russen. Die Russen sind echt böse. Ah, hier. Saipan. Hab ich noch mal was hingeschickt? Ich weiß nicht, ob es passt. Nee. Zu weit vorgesetzt, oder? Ja. Ja, die Saipan gehen nicht. Die ist willig. Thanos, links. Ja. Sollte, sollte vorkommen. Oh, ich hab's ja einmal getroffen. Ach du Scheiße. Die Scharni, ne? Neben uns. Aua. Welche? Aua aus. 74 hab ich gemacht. 225. Oh, Tops. Scheiße. Fahr gerade. Die Tops kommen nach vorne. Der zieht ja schon. Er hat gekuschelt. Er hat gerade gekuschelt bei mir. Freddy. Oh, Freddy. Oh, Freddy. Einen lutschte. Ja. Ja. Hahaha. Nenn mich einen Gott. Das ist da hinten der Flugzeugstreger, hinten an den Bergen. Da. Da ich... Ja, ist ein bisschen lebensmütig jetzt anzugreifen, ne? Ja. Ah ja. Natürlich hat er noch was gelöst. Ja. Ja. Unser Sieg ist in Sicht. Kind. Das war vielleicht. Ja. Es wird so gemacht. Das erinnert sich. Und sie ist raus. Ja, verfreit sie. Schönes Ding. Sexy, sexy, sexy. Moin Moin. Mahlzeit. Hartliner. Ja. Hartliner hat geschrieben. War wieder an der Tobi. Moin Moin Hartliner. So, dann kennen wir ja jetzt. Rein theoretisch. Stufe acht. Ich auch nicht. Ja, dann dürft ihr sieben dann noch mal fahren. Yay. Yay. Wir fahren acht dann, oder was? Ja. Werft den Käse. Werft den Käse. Werft den Käse. Ja, so ist das Leben. Warte, ich wollte mal was gucken. Ja, das war ein angenehmes Gefecht mit dem König der Meere. So. Fahren wir dann gleich nur ab 5 weiter hoch, ne? Ja. So. Wir sind soweit. Nein, wir aber noch nicht. So. Ja. Fertig mit der Welt. Drei. Zwei. Zwei. Jetzt hast du aber selber auf die Zunge gebissen, ne? Fing X oder was oder Go. So, jetzt läuft er gleich hinten in die Ecke und schreit Go. Und kommt dann wieder zurück. War doch hier. Da war doch hier. Da war doch hier, wo die Amy einen Test immer gemacht hat. Immer kurz vorm Ende hat sie da die Kerzen ausgefußtet oder so. Weißt du, was ich meine? Ja. So. Jetzt ist Feierabend. Immer wieder gestört. Und wo sie zuhause wartete, alles wird dann nochmal neu gemacht, ne? Kerzen ausgefußtet. Oh, oh. Wir fahren wir jetzt. Jetzt sind wir gegeneinander, oder was? Yes. Sauber. Ja. Jetzt müssen wir... Ich würde mal sagen, hier hoch, ne? Also ich darf ja nichts sagen. Guck, guck, guck. Ach, noch hier. Wir machen uns ja dahin, Freddy. Das, was der eigentlich... Der neumodische Kram, das ist halt nichts für mich. Ich bin schon auf dem Weg. Wir sind gedreht. So in... Das ganze neumodische. Boah, guck mal, was da ist. Ja. Ja. O oh. Der dreht ein. O oh. O oh. O oh. O oh. O oh. Nein, nein, nicht schießen. Nein, nein. Aua. 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 Ho 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 ho. 17gen. Aua. Krisestrahle. Krisestrahle. Ja. Wir sind da. Oder ist ein Kurfürst? Und die beide mischeln. die wächeln sagt ich habe gar nichts auf die schnauze gespächt ja aber nur einem ziel jungen kommt noch nicht am at verrückte juni vorjammert habe mir jetzt einige geben feierabend ist ja die feier die diamante verpasst sie haben bestimmt 30.000 abgenommen ich war gleich wieder meine kreuzer ich habe die alle kreuzer ach du scheiße ach du scheiße ich bin tot die amato will ich nur noch geld machen ja aber ein schnelles die fähig kann man so sagen junge stelle ich gleich schon mal einen holt ein paar verbrannt decken verbrannt decken wir werden weg na hör mal na hör mal na aua nein aber wir haben aber wieder ein team siehst du da oben doch wieder oder lacht das lustig hast das guck mal der geht aber schnell kurz mit die ach deine frau hat geschrieben ja hallo freddy fredchen hat sie geschrieben ja freddy freddy qe freddy ist mein name Ich muss mir vorstellen, das ist 8er. Da leg ich mir den Geld drauf. 36. Das ist ja auch ein Witz. Oder? Ich hab sie gekriegt, hör mal. Die fuhr da hinten so durch. Wie Yamato. Einfach so. Die fuhr einfach da durch. Die Schuhe. Naja. Ach komm, Lusti. Kannst du das Ufer eigentlich nicht heraugen, um ihn auszögern? Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Ich finde Ihren Mangel an Glauben beklagenswert. Junge. Hast du nicht die Dings gehabt als 7er? Hier die, äh, meins. Ach so, weil du den Achter haben willst. Ja, ja. Junge, ja, ja, ja. Meinst du heute bei den Achtern erstmal losgeht? 25 Millionen Plank. Ja. Ja, ist ja auch ein Endlos-Spiel, ne? Muss er nicht jetzt direkt alles haben. Oh, irgendwie hat's verlassen, ohne Schüs zu sagen. Nein, der wapp ich mir auf, der wapp ich mir gar nicht mehr da. Er wollte ja nicht mitmachen, oder? Ja. Oh, wah. Oh, wah. No way. Oh, wah, wah. No way, bro! No way! Oh, way! Surprise. Oh, Friedrich. Ja. 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 Golzen, Alter. Ja. Ja, Golzen. Komm, ich warte. Test 1,2. Ja, du bist auch 1,2. Test 1,2. Ich bin 1er Schüler, mein Junge. Herr Junge! Ja, vor dir, Zerstörer. Bruder. Ja, eine Z46. Jetzt schallert sie alle. Ja, da hättest du auch alle geschossen, oder? Oh, oh. Viel lustig. Ja, der ist aber auch weg, oder? Bist du auch weg? Ja, ne? Ja. Ja, oh. Schlecht. Dieser Spieler war ebenso ungeschickt wie Töricht. Spaß. Met Töricht, wie ungeschickt. Ja, das kann ich leider nicht auf die anderen Jungs gehen. Aktivität. Dann geh ich gleich mal auf. Ich hab nur Wäder zitiert, mehr nicht. Das Wäder, ne? Mhm. The Baltimore, so fast du. Mein Meister. Golzorn. Der ist ja auch ein Taktiker, der Typ hier, ne? Der Friedrich hier. Ne. Ja, doch, der weiß Bescheid. Der geht jetzt einfach ins andere Schlachtfeld. Wo fährt der denn hin? Der nutzt die Redenzung. Ah, ist ja ganz so fein. Ja, okay, der macht einfach. Ja, doch, Strahle, du kannst auf uns gehen. Wenn du auf das Schiff gehst. Äh, ne. Ja, klar. Du bist ja Gegner. Das geht nicht. Wenn er unser Team wäre. Dann ja. Aber ich bin ja gegeneinander. Da hast du wohl vergessen. Hat die ja auch nicht geschossen ab, wa? Ein bisschen. Hm. 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 Auf die Mahne. Mani? Auf die Meine. Mani. Ja, ja. Wir schießen den jetzt in Runde Boden. Schon mal bei. Ja, ist Feierabend. Da brennt jetzt direkt. Ist ein Platz da hoch. War der FC Bayern wieder siegreich? Ja. Ne. Dortmund. Schande über Dortmund. Die haben so viel. Dortmund hat so viel Potenzial seit Jahren in der Mannschaft und die sind einfach so kacke, um es zu nutzen. Guck doch einfach. Guck doch wo der Bayern, wo FC Bayern steht in der Rangliste. Dann weißt du doch schon Bescheid. Ja. Hat die Klappe. Ne. Aber die machen das immer. Aber das ist einfach so. Dortmund hat kadermäßig mega viel Potenzial. Sie sind zu scheiße und zu unmotiviert. Nein, wir werden rauchen. Ich hoffe, da liegt noch einer. Jawohl. Besser sonst meinem so lieb. Wer ist lieb? Meine Frau. Das ist nicht das, was ich habe, oder lieber die? Was? Ja, ein Schiff. Schwierig. Mit beide kacke. Was? Ja, mit der Montana wirst du schnell rausgebuttert, weil die eine Kackpanzerung hat. Und die Conqueror, naja, die ist halt ein Feuerteufel. Dann lieber die Conqueror. Ich hab sie aber nicht auf Feuer getrimmt. Voila, Krise. Voila, Krise. Ja, Habibi. Ja, ich hab nicht mehr so viel Kapitän-CP. Habibi, Habibi. Schenk mir mal ein bisschen. Ne, ne, ich brauch selber. Und mir fehlen immer die scheiß Befehle. Die Befehle und die Abzeichen fehlen ständig. Befehle hab ich noch. Befehle hab ich ohne Ende. Ich hab auch über 2.000. Und ein Abzeichen hab ich 9. Hab ich 6, im Moment. Habibi. Jetzt haben sie Habibi und fragen, wie's geht. Aber dann ist Beechle. Da geh ich extra nicht rein. Sag mal den. Den hast du eingestellt, jo. Das finde ich super versprochen. Die hab ich geworfen. Du hast nichts gesagt. Ich hab dir versprochen, der gute Roland Kaiser ist einfach geil. Ich will immer nicht mal auf dem Konzept gehen. Da ist er nicht mit gleichem Scheiß. Fried 22 bis Roland Kaiser. Let's go. Der letzte Kaiser im Schlager, ne? Ja. Der eigentlich wahre. Ja. Und Wolfgang Petri. Der ist auch geil. Ja. Er ist ja wieder da. Da über 15 Jahren Pause. Mh. 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 Jungs. Mh. Mh. Stapel lassen, oder was? Ich hab doch gesagt, ich will mal eben rauchen. Ach so. Ich hab ja das Frauen vom Stapel lassen, oder was? Ich hab ja gesagt, ich hab ja das Frauen vom Stapel lassen, oder was? Aha, hier hört einer mit. Mh. 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 Ah ja. Okay, let's go. Wow. Baby, baby. Ich hasse dieses Kind. Irgendwie hab ich grad voll Bock auf eine Schlagerparty. Boah, ey. Boah, ey. Erstmal Jonas anschreiben. Ey, Jonas. Schlagerparty. Let's go. Was soll ich noch mal gucken, ob ich den Farben wissert? Mh. Na, Schlager sind geil. Wo hab ich ja so wenig, ne? Scheiße. Nee, geh bei mir nicht rein. Die hier weißt du, aber ich hab kaum die Ahnung dafür. So, ich bin wieder ready. Ja. Okay. 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 Das darf gezählt werden. Das wäre das Rädchen. Drei. Zwei. Eins. Los. Zwanghaft so. Ja. Strahle, was ist mit Metti jetzt? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Er sagte, vielleicht kommt er noch mal rein. Weil er wollte unbedingt jetzt diese Woche noch, also den Rest der Woche Gas geben, weil er nächste Woche vor das Programm hat. Alles klar. Und vielleicht macht er auch Haier auf der Couch, weiß er nicht. Wir sind nicht gegeneinander und nicht miteinander. Warum? Aber ineinander. Seid ihr schon drin oder was? Ja. Ja. Ja, wir noch nicht. Der Seewolf 82. Zwei Brüder sind wir. Wir drehen der Wüste. Ja. Ja, dafür sind wir jetzt. Statt die Wurst. Hätt die Stadt gewohrt. Warte dennne. Zwei Brüder. Ach du. Wo bist du denn jetzt hier? Oh Mann ey. Junge Junge. Ja, aber ich habe gedacht, du guckst mein, äh, Wende Radios mehr. Warte mit. Hatte ich. Da warst du kurzzeitig auf links und jetzt auf einmal bist du rechts. Augen auf beim Höhnerlauf. Augen auf im Verkehr, ne? Und Straßenverkehr, ne? Was? Oh, ne Sorge, ne Sorge. Aufwärtskiesorjus. Das darf ich jetzt hier nicht in Aktion erleben. Gegnerische Streitkräfte entdeckt. Warum zum Glück habe ich Brandmanuktion geladen? Ja, hatte ich ja auch gerade. Krise, Wende. Guck mal, sieh mich gar nicht. Oh, die Main. Oh, schau mal. Boah, mal hat die, ne? Boah, die Main-Kutze war vom Papi, ne? Und 20 Millimeter. Na. Ja. Da brennt der Bürger. Ja. Ja. Doppelbrand hat der Russe, der Achter. Ja, hatte ein Doppelbrand. Rund. Dann wird das vor der Brust. Sein. Die Schöne. Die Schöne, die Schöne. habibi auch zerstörer zum zerstörer doppel zieht er in die meint sehr schön war das fein? so fest wie soll ich den breit hohohohoh komm 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 nein ist zu wer macht denn sowas? ach die haben zweimal gemalt das ist von 99.000 habe ich schon gemerkt 72 ja mit der Rochester bin ich unterwegs das ist echt ein Dreckschiff ne? das ist echt ein Dreckschiff oder? Aua ach das ist doch nicht gebissen das ist doch nicht gebissen oh die Mainz da hinten oder was da so immer noch ist haaah hab die mir jetzt einen gegeben mal nicht da habe ich bekommen war nicht da eine große vernichter ja oh oh Eeeh ich habe einen versenkt 142.000 mal gucken brennt hier neu und war noch oder wie viel ja ich muss ums leben hier fahren 253 treffer zwölf bände 142.000 ja mich ich dachte nein heute bleiben wir länger 100 schauen wir mal anders seid ihr schon durch oder was wir sind noch drin aber auf 960 punkte ich habe vernichter gekriegt hier wie ich immer mit der worte ist auch viel oder brandstifte anzuarbeiten und er ist nur ein kratzer noch danach ich habe ein paar schiffe jagen gefackelt verlieren wir aber gefecht man muss man doch fahren das verlieren man hat hier fähig brandenburg die main habe ich aber gut runtergebrannt dahinter blenden mal viele ruhig michael 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 ja ich bin ja warte mal vielleicht verlassen ich war noch drin gerade ja ist ja eine live übertragung da muss ich schon zeigen kannst dich einfach mal so raus weil der eckard ist auch da am spielen könnt ihr auch hier reinkommen da könnt ihr zu euch oder der selke also aber 131 schoss okay war nicht da gemacht die worte schäfer ist auch ein ekelschiff so ein träger weil die starben warte damit feuer machen kannst noch hatte darüber ballern kannst du nicht mal feierlich ab wann willst du anfangen ab fünf oder was aber langweilig hier eben nachher mal fahren ab vier langweilig ab vier kommen wir ja wenigstens machen ja ja dann los kann man da ohne kein wunder dass die texas so nahmarschig ist wenn du nur zwei euro toren hat hochs hochs trops ja meine das die würde dies ist geil war die gerade alle am fackeln wenn leute mache ich sauer schießt noch einmal auf die ich wollte normal so hier war gaming schreiben solche schießen ja auf mich überhaupt kein pies spiel alter ja leute so ist das ja tobi jetzt zunächst wieder ein jahr älter na wirst nicht mal jünger einmal brauche nun auswärts schmeißen dann 23 spiegel rum umgekehrt hat schon die schallmauer durchbrochen da ist schon zu spät für den komm mal her lustig kommen wir vorbei zeige ich immer was denn ländliche freundin mit der zeigte dann so soll man dreier machen ja wir bringen deine frau mit was was die hat verlassen was hier kaputt warum und da ist aber ich habe raus geflogen oder so vielleicht hat man back hier oder so hat ist doch wieder drin süße dessen raus schreien gegangen jetzt kommt doch wieder rein also mal auf vier da ist schon wieder raus bei getreten ja das muss gar nicht im back hier mit dem handy er mit mir verbindung oder twitter ja ja ich würde nicht wir hören natürlich hörst du mich ja jetzt höchstig ja also 321 jetzt geht er raus so sind wir hier am reindrücken alle habt ihr ja die die wie offen also hier ja ja ich habe sie so endlich spricht er mich mal chef ihr seid im gegner team ja klar zu dritt überhaupt nicht und ferne julio wird schwierig aber die anderen beiden sind einfach das ja 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 egal aus welchem winkel ja auch die prinzen so fahren wir denn jetzt rechts oder links um alle wir sind ja ja jetzt kann ich euch das nicht sagen wir haben neue tricks hier bei b aber kann ich jetzt nicht sagen wir sind sie mit selbst überlistung haben wir hier ich habe ich mir heute die ganze zeit ja weiß ich ja auch gestern oder gestern beziehungsweise ich fahr den einfach hier am felsen auf ich habe so ein auf die fresse was ist da aufgetaucht was war das ach noch eine zesale ja 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 da ja Wo haben wir denn? Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. Macker den Schiff. Gegnerisches Schlachtschiff gesichtet. Wo bin ich von außen? Vorsicht, zerspürbar. Schade, gleich hast du einen Winkler. Oh, oh, da hinten. Ja, ja. Scheiße. Scheiße. Whooeeeeeeee Whooeee Ja, schau mal, oh du po! Bussie, Bussie! Bussie, Bussie! 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 ich bin tot werde waren die jobs gewesen da waren die jobs da war das problem da waren die topschirm top abgerüst das ruhig hat aber lust muss man auch schon weg nur ein stück hier wie bist du denn weg du warst du mal hinten also da ist die weg die ansächte und leider zu spät immer hier die ecke und da mit dem scheiß schiff der kaputt einen anderen kann gab ja klar ja super aber juden juden zerstörer war ja junge du kannst dort echt lassen 2,1 kilometer nach beide ladungen versammelt blabber der und jetzt fährt er nach du wirst du ihn machen boh fahrt ne ich meine hier unseren schlachttürf unseren kapitän aber gut 2,1 kilometer schießt zwei salben ab eine davor und eine dahinter die mayhem hab ich rausgenommen ich habe mir jetzt die beiden schlachter boh fahrt 2 klatsch die kann aus dem winkel man tun verstehe ich nicht mcfee swe mhm ja da kommen wir ja nur noch hier wenn ach du scheiße da waren wir mal ein geiler schuss da waren wir mal ein geiler schuss gewesen gerade o schimbau ja fliege feuerteufel hier ich geb mal eben kurz für kleine männer ist schon weg und hat er wurde von der nürnberg aus da will ich bestimmt auch haben wir wieder ein paar punkte noch mitnehmen so gut fackel ich den jetzt ab da muss auch fackeln stellen habe ich gerade eine auto wenigstens ab weiß ich meine die andere schiffe wenn die allein sind auch die ganz schnell weg gehen ist doch egal wir werden nach vorne und anschlecken rutschen die euro bestimmt noch mit ja ich finde aber gut der haut nicht ab ja ja aber der haut nicht ab was gibt ja für dieses versichert sich ja dann was hat die geschrieben elbo so ich würde da schon wieder was fünf schief schon wo die flan pump pflanden war da weiß ich doch schon was ich nehme ich hole ein wohnzimmer schön auf die couch So, oh. ich weiß was wir machen trägt 17 jahre selbstverlustung hatte jetzt sehen sie nix es wird nur audio mikro übertragen und er wo mal hier wird dann nachrichten gekommen ist so heute sollte bei uns regen kommen überhaupt nichts passiert die apps sie kannst du manchmal unter tonaken ich war uns gar nicht ja muss mal ein paar tage regnen das scheiße für die natur hier ja ja wir haben doch letztendlich zwei tage irgendwie geregnet ein bisschen am anderen tag da war alles trocken ich habe man sparten angesetzt sind alles trocken ja klar da geht jetzt das los august ist ja der heißeste noch also wir werden soweit ja wir auch dann zähle ich mal okay und sonst michi wie war dein tag der war der tag hat die stimme verschlagen nein der spricht sich mit gegnern das ist eine ablenkung hier lasse ich hier beeinflussen ist ein tag das darf ja wohl noch klaren höflichkeiten ausgetauscht werden ja immer seitdem gegnern ja keller kind keller kind keller kind 1 enger und keller kind zwei enger keller kind 1 und 2 stimmt ihr habt die keller kinder und wer will der ecker ort wo ist der eke ort wo hin tobi achte einfach mal die spitze gut verstanden achte da einfach mal drauf ich achte auf deinen nahkampfstachel ich achte auf deinen nahkampfstachel so ich muss doch mal gas geben ne achte los team mit seiner scheiß dreckstöger ne das hat mich denn jetzt aufgemacht ach der flieger schort ist mich denn geordnet da ist was im b ziel 9 ich habe mich auch nicht ich habe mich nehmen in den mund ich bin ich wo ist denn hier der dreckst idee ja da ist er doch komm geh auf du hast mich auch gemacht mach dich auch oh der hat doch gut angegriffen ich war mit andrea da ist die acker na 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 da sind 2 dds na na ich weiß na 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 kommt zurück halbwegs dabei boah nebel alles zugenäbelt hier zum kinderkriegen der trifft schande über ihn für die ganze zeit aufgegriffen ja aber nur lächerlich warum kriege ich immer die lucky spastische stürmer insgegenau verstehe ich nicht guck mal versteckt sich hinter der insel die feige kaka als kaka ja diese kämpfer sind die größten luchs vorhanden ja ein kassier ich sowas von ab die andrea von euch hat sich verpist das ist die acker da die muss raus ja aus kiel ja klar jetzt ist er zu weißt du komisch ne ja ja krieg ich wieder ab damit seine Frau Buki lass ihn noch mehr Zeit Junge das schiegt dann nächster ab weil sie schön Zeit gelassen hat ja super ok waaah oder los ein kopf er hat ich hab gar nichts gesagt gar nichts für ich bin eine verrückte Mono ist der kaputt? darf doch nicht wahr sein er hat den echt raus geholt I live live long aber nicht mehr alter wir atmen in amerika amerika ist wunderbar am stein kommt sie ja auch mal rein naja michi der alte insel kämpfer naja fast wei wir haben ein gegnerisches schlachtschiff versenkt ja ja oi ich hab sie nicht raus geholt ich hab sie nicht raus geholt ich hab die raum ich hab die raum cool Ismail überhaupt einzudenken was soll denn das ah ah na 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 he ist schon aus so die die schaufelte genüße ja so ich bin da neben dir müsste mal haben Europen vor heute theoretisch sagen bringt dir aber nichts gerade steht da in dem nebel ja noch dort üben war man auch noch kleiner spastiker elektrik keine fummel barbie warum schießt er denn inkompetenz ja 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 das war schon hoffnungsloser als rtl kommen wir müssen jetzt hier wieder reinfahren dass die west vagina dahinten auch noch mal viel von dort aber einmal habe ich alleine drei von euch eliminiert was los mit drei job auch ich habe auch drei oder zwei viel spaß ihr drei fünf war gegen noch zwei fünf war zwei sechser mein gott sie sieht doch nicht mehr so gut aus ja ja die nelson ist noch voll ja da kann ich nicht so gut du weißt dass ich recht vor morgen bin ich schreibe ist das eigentlich korrekt darf ich nicht nur so hier um fahren ich habe 18 habe ich versenkt hier versenkt 18 aber mit ihr wenn sie das nicht so gut ja da kommt schon die nächste staffel die du abschießen kannst greifen die mich an ja ist gerade gestartet meinst du der wird zu mir fliegen ja es sind drei flugzeuge torpedobomber oder könnte ja klappen aufgeklärt ja ja jetzt gleich kommt die nelsen wichst mich hier weg also alles schicken haben sie sich versteckt ach so wir können mal zusammen fahren mit karli dahin ach da ist die nelsen oh scheiße schießt schon aua 1 ob deines herkenden deine flugabwehr bei 5,7 kilometern anfängt zu ballern üben das gegenereische team steht kurz vor dem zieg wala kreis wala 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 Oh 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 Kleiner Kopf tut so weh wie zwei. Was? Was? Danke. Danke. Komm schon, Helsen. Mach ihn kalt! Scheiße, da ist doch noch ne Benzen. Oh ne, ne? Oh, jetzt wird die Brandnummer nie ausgepackt. Warum, Helsen? Warum? Ich verstehe diese Inkompetenten von Ihnen. Klarer Himmel. Was ist denn unser Flugzeug? Träger. Jetzt lege ich die Benzen an. Wenn ich das oben auf der Karte richtig sehe. Ja, ja. So ein bisschen. Oh, komm, Strahle. Ja, ich kann nicht schießen, das dauert. Aua. Oh, wow. Oh, wow. Er schwein. Ja, ich hätte jetzt aber ballern können, da wäre der genau Preiseite von mir gewesen. Reiche. 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 Oh, habe ich mal ordentliche Auszeichnungen bekommen, was? Das ist gar nicht. Oh, wir haben fünf Stiffe raus. Das hat an uns nicht gelegen. Wenn ich... Na.. Ich habe einen Drecknrab seiner tochter sehen ich finde höchstchen nicht nur sehen ich will auch mal dran schlappern ja ja aber gibt ein kurs ich küss seine augen neuen mit mund aber mit zunge ja auch die geschichte scheu ist nicht auf die lippen und danach küsse ich dich nein mit zunge ich hab da märchen geschickt hier versautes märchen habibi 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 aber gut er sagt ihr freundliche worte ich hab nur einen sechser und der ist kacke ja was soll man machen ich war ja auf dem verkackten achter das muss man verkaufen also wir sind ja wir noch nicht jetzt will ich so vorbereitet ja drei zwei eins ich bin jung ich brauche das geld ne da bin ich ja schon alte puff mutter ich mach dann die garderobe ich mach die garderobe kennst du die abgeranzten hühner dann in so einem strip club ist ja so eine alte in der der ist schon hart alter ja ja ich guck was in taschen so ist ach du scheiße wie viel zerstörer kommen denn noch aber wir haben ohne ende zerstörer vier stück gegen die wir haben ein berri potter berri potter berri potter oder der harry potter die war schön nach rechts außen ja harry potter jetzt wie kann nach rechts mehr wollen wir links abschwenken wir brauchst ja mal hier freie bahnen wir so geld verdienen die kürz die kürz normandie verrückwärts und jetzt joko kommt uns entgegen und normandie fährt vorwärts was schweine früße ja alles klar abdrehen der barry potter bei an extra wegen ganzen zerstörer die dritt breit ist die behindert diese voll behindert die heute oder ich schwöre ob die scham hochst auf dem scharen hochst wieder wofür gut aus wie prime dead da du bist gleich städt ist der einzige den wir sehen das ist mir immer so suspekt die eigenen leute hier kommt noch einer damals ich habe lieber feuermaschinen ich weiß ja das war doch schon jungen jungen aber experten hier jetzt immer aufgeschmissen ich bin mal flieger ja wo sind hier ist gar keine mehr ja aber dann kommen sie da hinten ich weiß nicht nein nein bitte nach links guck mal oben auf die mal lieber ab was auf mich schießt ich weiß problem nur ja was für ein problem der dd er das auch und ich konnte nicht mehr nach links lenken weil dann der insel war dieser wix dd natürlich viel extra nach rechts wo gehen die schüsse hin nach links danke du drecks insel auf dem schlachter ich bin auf jeden fall unter guck mal uns holen sie raus wie fliegen wir da 22.000 super nicht finde ich echt gut das tut aber noch nicht ja es ist sehr schön auf jeden fall sag ich mal wenn man in c rein fährt so ddd rein fährt ach wir haben hier ddd fahrer immer strahle es haben zwei fucking kreuzer drei schlachter noch ein kreuzer und ddd auf mich geballert ich habe ein schlachtschiff als unterstützung die fang die führung übernommen naja 1000 torpedos kommen der geflogen sind zwei zerstörer hier irgendwo seitdem aber die haben sich jetzt zum team erklärt noch das sind noch mal die da kommen doch schon top sein ach da ach da ist aber schön guck mal der hat gar nicht mehr so viel noch habibi natürlich macht er nicht mal gut aus ja so typisch da hinten ist ja mit dem wo der nebel ist aufpassen man jetzt kommen aus dem arsch du verpickter hässlicher inselaffe ich hab noch nie ein schiff so sehr gehasst ich hasse hassen ich bin der hasse das ist eine scheiße idee hier oi ich hab mir einmal weg sehr schön da brauchst du ein ui hier ist aber noch einer ne zwei sind sogar hier der kam von dahinten na ja ja das ist ein nebelgucker nebbelgucker ich selten nur um noch ab ich hab' ja noch Ey, ihr seid ein besseres Ziel, ne? Digga, Flieger, wie wär's, wenn du mal nach vorne fliegst? Ich hoffe, es ist alles an die Idee. Scheiße. Ja, jetzt komm ich mal rüber, ne? Man merkt, dass es in Hünselhaft ist. Komplett verblühtet. Ja, die Normandie ist ein ganz böser, ne? Ne, ne, die dreht bei mir breit. Die weiß halt nicht, ob sie sich mit zwei Schiffen anlegen soll. Oi. Da ist der Zerstörer. Ja, oh, scheiße. Kurva. Feuer Alarm. Wir haben einen gegnerischen Zerstörer versinkt. Doppelschlag. Gegnerische Schlafstörer versinkt. Wir haben zwei erwischt. Wir haben zwei erwischt. Bitches. Oh, der ist schon... Ich weiß nicht. Ich hab Angst. Die werden doch schon besser. Ach, der hat der Dings kaputt. Ne, ich hau jetzt aber ab. Ich hab Angst. Hm? Ich hab so Angst. Ich hab so Angst. Lauf weg. Oh, das ist ein Exeter. Oh, das ist ein Exeter. Das muss doch ein Schlachter-Erfe sein, ne? Oh, oh! Guck mal, ich bin doch wie ein Slave-Shift, ne? Oh, da hinten ist wieder noch so eine Fiki-Kistik. Muss ich aber auch mal da reinfahren, ne? Oh, da hinten ist wieder ein Schlachter-Erfe. Ah, das ist so ein Böze-Bopp, na? Scha-Ni? Das dreht ja voll ein. Ich will mir zeigen, wo der Hake hängt. Ja, ja, ich muss noch laden, das dauert. Ja. Ja. Ich hab' Glück gehabt. Ui, noch ein bisschen Leben dran. Ah, da ist er ja, der kleine Max. Wie ich am Ende? Aua. Guck mal hier, weil die mich toppen, weil es gar nicht vorher, dass alles kommen soll. Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Pinke, pinke, pinke. Ja, weil das wieder alles kostet, ne? Wer soll das bezahlen? Das bestellt. Also, ganz schön scheiße mit den ganzen Zerstörern hier. Ah, dumm gelaufen, Oldo. Nein. Aber dafür nehmen wir jetzt einen, ne? Wie ich jetzt so mitkriege. Die sind nämlich alle hier. Und unser Zerstörer ist drüben mit ner Gegenbasis. Guck mal. Wer soll das bezahlen? Wer hat das bezahlen? Wer hat das bezahlen? Wer hat das bezahlen? Pinke, pinke. Pinke, pinke. Boah, die machen ruhig Randale, ne? Aber die kümmern sich nicht um ihr eigenes Ding da, ne? Um ihre Basis. Die interessiert keinen. Aua, Aua. Warten wir eben, ne Freddy? Ja, warte dir. Auf euch! Ja, wir sind noch im Gefecht, Junge. Ja, wir sind raus, Junge. Gucken wir hier nix dafür. Du glaubst doch nicht, was wir gegen was wir hier kämpfen mussten. Ey, ich bin hier, werde hier nur getoppt und die sind uns hier am angreifen und ihre Basis wird eingenommen von denen. Ganz gemütlich, aber sonst alles schick. Pinke, pinke. Pinke, pinke. Pinke, pinke. Aber wir haben da gewonnen. Schatzi. Guck dir mal das Matrosenbild an und guck dir mal das Gesicht an. So oft bin ich noch nie getoppt worden, da hinten. Aber da passiert nichts, hier. Jetzt kriege ich aber Angst, kommt schon wieder vorbei. Guckt euch mal bitte in WhatsApp, das Bild von Haihabmann, was er reingeschickt hat. Wer soll das bezahlen? Ach da, guck mal. Ja, da habt ihr ja richtig gut gekämpft, Jungs. Ihr seid gute Zerstörer. Ihr habt noch nicht ein Schlachtschiff getroffen, ihr Vollhonks. So. Keine Doppelschlacht, ihr Mann. Aber gut. Ja, kein Problem. Sag mal eine Kippschin. Hä, wieso? Da gehst du lange um Pott oder was? Ach du Scheiße. Dann komm her, Strahle. Dann nehme ich es. Du hast ja mich hier noch dabei. Ja. Warte mal, muss ich hinhoffen. Ja, was ist hier brauche ich nicht. Ja. Ja, so ist das. Da war ein gutes Gefecht gerade. Da war... Warte mal, ich sehe hier wieder nichts. Das ist ja alles gut und schön, Stopfen, ne? Dass man da auch Geld spart, aber... Nerven tut das schon. Ah, ich muss mal Licht anmachen, ich sehe nichts. Was ist los, Tobi? Die Dürfkerne dürfen nicht aufgezählt werden. Nein. Okay. Nein. Nein. Fuck nein. Kann nicht gezählt werden, wir sind ja nicht bereit. So. Mann, 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 Mann. Sie sagen, er geht so gut in Drogen. Er kann gut mit Drogen. Er kann gut mit Drogen. Er kann gut mit Drogen. Jeder hat ein Planet. Sie sagen, er kann gut mit Drogen. Aber wisst ihr was? Gut, dass ich oben Bescheid gesagt habe. Warum? Warum? Ich habe extra Bescheid gegeben. Ja. Wir werden dann soweit. Perfekt. Drei. Drei. Eins. Ja. Ich ja. bei Tobi gar nicht passt. Mama, der Mann mit den Koks ist da, ne? Freddy in Richtung Träger. Entschuldigung, wie der Zerstörer gefährt. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, was ist denn hier alles? Nicht schießen, da gehen wir auf. Was sollen die mir hier eine geben? Kleine Gaylord, da. Oh oh. Ah Scheiße, er fährt so langsam. Oh, einmal die lange Krippe. Hä, hab ich noch Feuer? Gut gedacht da. Na ja, muss ich jetzt mal umschalten. Voila. Oh, Mann. Ah. Ops. Alle Stationen! Meldeposition eines strategischen Ziels! George, ja, von mir auch noch einen Brand? Hui! Oh, das ist schon meine Pfingsthausen. Ich habe sie vergessen. Schon längst überfällig. Ja, feck mich doch mal an! Gitarren! So geht das! Bleh! Ob die Gegend die Jaufen dann? Nicht so mit der Klappe, oder was? Oh, die Kiechen stehen da hinten. Das sind auch so Stammschiffe hier. Iowa ist noch zu weit. Wo komme ich denn jetzt hier? Oh, die Iowa hier kriegt die gut Dresche. Brennt! Brennt! Geht einen in die Dresche, oder in den Arsch? Ja, unser Rapport mit Träger. George, sind sie hier auf dem Weg? Ja. Das ist die Burecht, der bliebt schon wieder. Oh, ja, wie gut! Hahaha! So viele reifliche Secke sind! Ja! Hahaha! Alte Schöne! Allte Farbe von den Kacken! Du bist ganz schön in so einem komischen Nebel, stehst du. Was macht die Black da? Bist du weg? Die sind so großartig. Das ist ein Problem. Die sind so großartig. Das ist so großartig. Das ist so großartig. Was ist das? Ja, aber tut der Ding, der sich... Also... Ja, da ist keine Chance. Ja, weißt du, wie viel kommen? Vier Schlagzeug haben, ob ich nicht draufkomme. Die anderen, also... Andere gibt's ja keine mehr. Gibt's ja keine mehr. Forgotten Coop. Ja, du bist ja echt so ein Vergessen-Typ. Jägermeister, fährt hier auch mit. Meisterjäger vielleicht. Ja, du bist ja echt. Ja, du bist ja echt. Ja, der kannst du rausholen, der ist ein Honk ist was. Oha, Drei-Fachzieger! Ha 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 Siegermeister, Spongruge. Das Gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Ich habe dann ein ist leer ist fast leer hier auch hat er nicht geladen hat gar nicht geladen hier ein so ein controller jetzt achten nach dem achte habe ich meine 32 jahre voll wenn wir jetzt so um 45 rein zählen dann habe ich um 0 uhr wenn das gefecht ende dann bin ich volljährig jetzt schon dreißig bist du volljährig genau 23 mit 23 ist mein Mann ja ja in vielen ländern bist du erst ab 21 volljährig finde ich aber richtig so ich habe hier ein problem hoffentlich lädt jetzt eine der hat ganz geladen hier ein controller jetzt quasi fast leer wo ich ihn jetzt gerade getauscht habe so wir sind fertig ja wir auch 3 3 1 jetzt muss man nur beten dass er eigentlich schnell was hochlädt warum hat er nicht geladen verstehe ich mich aber ganz in der ladung ich habe keinen bock extra noch für die vier hier noch neue da muss ich zu meiner tochter mal rüber wir sollen mal ein paar geben 3 3 3 4 4 5 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 8 9 9 10 12 14 14 15 15 15 15 15 15 fahr hier nicht rein da sind wir tot oder sollen wir hier mal durch so ein zerstörer was darfst du an mir gehen echt? ok echt? der große? kürbel fack you der große was? fack you der große nein Friedrich der kleiner fack die groß alaska auch kürbisch mal gucken Na ja, wer ist das in Holantik? 4-3 Ah! Super! Amagi Ja, ich würd mal sagen, ich klatze, wa? Ja Ja, aber danke, dass einer was gesagt hat, dass da die Shima ist Nur in dem Moment, der ist aufgetaucht, das wussten wir nicht mal Und auch wie? Für alles oder nur für Bestimmtes? Nicht nur für Bestimmtes Mit beim 3er da war? Mit dir aber nicht Na ja So, was haben wir dann? Na ja, die Planeten stehen bereit Aaaaaaah Digga, kann ich da reinhauen Na ja, tschüss, wir müssen reden Na ja, oh, ich hab's auf der anderen Seite so blaue Fläcke gehabt, ey Was? Du? Blau? Jo Bruder Ja Nach diesem Gefecht machen wir dann noch ein Strahle und dann ist für heute Schluss Ja Bis dahin geht das Gefecht noch Ich bin schon tot Schon tot? Ich bin schon tot Ein bisschen kuschelmischig Ein bisschen kuschelmischig Schima Hat mich geäunt Ich bin schon tot Oh Ich bin schon tot Nein Das wusste ich Digga Digga Morgen sitzt du hier, morgen sitzt du wieder so. Scheiße, ich kann nicht schießen, ne? Oh nein, ne? Er lenkt doch ein, ey. Doppeltes Getriebe drin. Kann ich voll vergessen. Kann ich voll vergessen. Guck dir doch mal an, ich drehe durch. Ja, ich drehe einfach durch, siehst du dich, guck mal. Lass die alleine gehen. Oh nein, ey, die fahren hier wie Tontorben schießen. Ah, die reichen mir. Vielleicht auch ein bisschen noch aufschüllen. Ja, jetzt krieg ich auch eine verpasst, logisch. Ja, super. Ja, gut selber. Ja. Schön. Alaska. Ein Schalzgefächt. Soll ich das nochmal einstellen? Ja. Das war ein Scheiß-Gefäch. Das war ein Scheiß-Gefäch. Soll ich das nochmal einstellen? Ja. Ja. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Naja, egal. Bist du auch raus, Michi? Ja. Lustig ist aber auch echt lange Co. So. Das ist Geburtstag gleich, ne? Ja. Wie lange noch? So ein paar Minuten? Sieben Minuten. Ja. Ja. Und dann ist er tot. Was? So, dann hauen wir noch ein Leji rein und das ist das letzte, wa? Ja. Das ist am Feierabend. Hä? Ja, nicht. Hä? Hast du Lampenbrennen, ne? Hast du Lampenbrennen? Ja, das jetzt nicht. Aber ich muss halt für morgen auch noch ein bisschen gerade bleiben, ne? Ja. Ja, ich auch. So. Um 8 Uhr ist Umzug. Ja. So, letzte Gefecht. Ja. Aber Leji, ne? Ja, ja. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Boah, ich hätte gerade fast mal eine Mischung gekippt. Dann wäre ich richtig Depri gewesen. Mischung gekippt? Dann wäre es ja um Sterben gewesen, ne? Ja, ja. Ich war früher mit Life Crisis. So. Auf zum letzten Gefecht. Ich habe auch hier irgendwie Probleme mit dem Controller. Ich weiß nicht warum. Ja, Freddy, dann darfst du bitte zählen. Auf das letzte. Ja. Gut. 3, 2, 1. Ja, Lusti, wir machen jetzt das Letzte. Warum höre ich jetzt alles doppelt? Ja, wir haben den Müll. Bei Lusti höre ich mich doppelt. Ja, ich auch. Stumm die Sau. Stumm die Sau. Keine Ahnung. Jetzt nicht mehr, oder? Ich höre mich noch leicht doppelt. Ja. Ja, ich muss die anderen. Immer noch? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, sag's jetzt. Und danach bist du schwanger. Ja, ja, ja. Ob das alles schön fest ist, ne? Ob das alles schön fest ist, ne? Ob das alles schön fest ist. Ja. Hast du doch mal einen Fingertest gemacht, war? Hm? Stuhlgang, ja. Wann? gestern wie heute morgen wie hat nächste türe auch klappt auf stuhlgang ja morgen wie elektrisch kennst du doch elektrisch stuhlgang ja ich nehme mich jetzt im stuhlgang sind wir schon wieder nicht zusammen ich werde latex ja ja aber auch das letzte lustig ja du hast lange also ihr könnt von mir gerne weiter zocken ist ja letzte gefecht drei minuten dann hat er endlich rente durch also nicht im gegen aber mit dem controller war aber gerade ärgerlich ja ich habe schon fast hälfte leben weg wir haben doch gar nicht angefangen ja oh ja die sitzen Gehör! 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 Mensch, die Jean-Bar steht hier aber auch in Kacke. Wo ist die Ecke? Oh, mach mal! Ne, mit Schickschnik. Schicksal! Oh, mach mal! Jetzt freue ich mich gerade so richtig auf mein Bett. Oh, komm. Oh, komm, komm! Ich kann ihn unterstützen! Achtung! Oh! Oh! Let's get ready! Baby baby! Zy-Zydiya behind! Ey! Hallo Nulli! Hallo Nulli! Hallo Nulli! Oh! Oh! Feuer Alarm! Oh! 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 Ist das von dir? Ja. Ok, Maggie ist jetzt weg. Ja. Sehr schön. Oh! 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 kauf ich gerade zum hahn trotzdem was eingeschlappt ja schlopfen gespuppen die black hat aber auch richtig bock rausgenommen zu werden ein drittel ist ja schon mal weg von der und so was er jetzt na oder ja ja herzlichen glückwunsch alter sagt das gute tobi also genau als gute zum geburtstag versuchte er hier das darf nun mal auch nicht sein wenn er kaum leben hat so ja was denn jetzt tobi zur rente eingefragt ja auf jeden fall kaputt schreiben ja ja für die politik ja happy birthday happy birthday morgen machte fahrt hier habe ich gehört morgen geht hier voran morgen wird abgerissen alles gute zum näher am todtag genau ich würde mal eher sagen herzlichen news als zum süßen zu gewinnen vom samuel schuss alles gute an tobi genau ja danke sagen so ja das war es dann jetzt wir wollen ja in geburtstag hinein fahren wir haben ja heute auf freitag und wie viele stunden haben wir jetzt gefahren sind auch bei dem markt 2,2 stunden geht ja 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 wir dir auch so